Hallo zu diesem Video über die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten über vier Felder-Tafeln. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Wir betrachten ein zweistufiges Zufallsexperiment mit den Ereignissen A und B, wobei folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt sind. Die Wahrscheinlichkeit von A ist 0,3, die Wahrscheinlichkeit von B ist 0,6 und die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B ist gleich 0,2. Erstelle eine Vier-Felder-Tafel und bestimme die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse. Und dann haben wir hier sechs Ereignisbeschreibungen, für die wir unter Verwendung der Vier-Felder-Tafel die Wahrscheinlichkeiten berechnen sollen. Übrigens, wie immer gibt es auch zu diesem Video ein Arbeitsblatt zum Download, damit du aktiv mit- und nachrechnen kannst. Den Link gibt es hier oben und unten in der Videobeschreibung. Okay, starten wir mit der Erstellung der Vier-Felder-Tafel, die ich jetzt hier schon mal angelegt habe, mit den Spalten A und Nicht-A und den Zeilen B und Nicht-B. Und dann schauen wir mal, was wir anhand der Vorgaben hier schon hier eintragen können. Und dann haben wir die Angabe, dass die totale Wahrscheinlichkeit für Ereignis A 0,3 beträgt. Und die totalen Wahrscheinlichkeiten für ein Ereignis finden wir immer am Ende der Zeilen bzw. Spalten, in dem Falle hier am Ende der A-Spalte, wo wir jetzt 0,3 eintragen können. Die totale Wahrscheinlichkeit für Ereignis B ist 0,6 und dementsprechend kommt 0,6 hier in dieses Kästchen. Und dann haben wir hier noch diese Schnittwahrscheinlichkeit. A geschnitten B hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,2. Das ist hier eine Und-Wahrscheinlichkeit, also das Ereignis A und B tritt ein. Und in der Vierfelder-Tafel entspricht das diesem Kästchen hier am Kreuzungspunkt mit der Spalte A und der Zeile B. Also tragen wir hier 0,2 ein. Summen wir jetzt ausreichend Informationen, um diese Vierfelder-Tafel zu vervollständigen. Innerhalb einer Zeile müssen die Wahrscheinlichkeiten im Innern die totale Wahrscheinlichkeit ergeben, die hier außen steht. Also wenn die Summe der Zeileneinträge hier 0,6 ist und hier vorne steht 0,2, dann muss hier natürlich 0,4 hin, weil 0,2 plus 0,4 ergibt 0,6. Dementsprechend sehen wir, dass hier bei einer Spaltensumme von 0,3 an diese Stelle ein Eintrag 0,1 hin muss, weil 0,2 plus 0,1 ergibt 0,3. Dann ist ja so, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 betragen muss. Die 1 steht immer hier unten rechts in der Ecke und dementsprechend muss dann hier 0,4 hin, hier muss 0,7 hin und hier kommt der Eintrag 0,3 hin, weil 0,4 plus 0,3 ergibt 0,7. Hätte es aber auch rechnen können, 0,1 plus 0,3 ergibt 0,4. Die Summe der vier Einträge hier in der Mitte muss auch 1 ergeben, was ja auch der Fall ist. So, mit der ausgefüllten Vier-Felder-Tafel können wir jetzt hier in die Aufgaben gehen und die Wahrscheinlichkeiten berechnen. Aufgabe A, das Ereignis A tritt nicht ein. Wenn das Ereignis A nicht eintritt, dann tritt ja das Gegenereignis ein, also wir suchen die Wahrscheinlichkeit P von nicht A und P von nicht A lesen wir hier unten ab, ist 0,7. Dann Aufgabe B, A tritt ein und B tritt nicht ein. Das ist eine Verknüpfung und wir haben hier eine Unverknüpfung. Das heißt, wir suchen die Wahrscheinlichkeit P von A und nicht B, weil B tritt ja nicht ein, also A geschnitten nicht B. Dann gehen wir hier in die Vier-Felder-Tafel und gucken, wo sich diese Zeile und Spalte kreuzt. A nicht B ist die Wahrscheinlichkeit 0,1. Jetzt Aufgabe C, genau eines der beiden Ereignisse tritt ein. Was ist damit gemeint? Das ist doch ein Entweder-Oder-Szenario. Also entweder Ereignis A tritt ein, das heißt ja A nicht B tritt ein, oder das Ereignis B tritt ein, wobei A natürlich nicht eintritt, das ist diese Wahrscheinlichkeit. Schreiben wir die Wahrscheinlichkeit erstmal auf. Also, wir verknüpfen A mit nicht B, was ja bedeutet, das Ereignis A tritt ein, ohne dass B eintritt. Und dieses Ereignis wird bedient, wenn jetzt auch noch dieser Fall dazukommt, und deswegen mache ich hier dieses Vereinigungssymbol, wenn B ohne A eintritt. Also, nicht A geschnitten B. Diese Schnittwahrscheinlichkeiten kann man natürlich direkt hier ablesen. Und diese Wahrscheinlichkeiten, die hier miteinander kombiniert werden, weil es eine Oder-Verknüpfung ist, müssen miteinander addiert werden. Oder-Verknüpfungen werden ja addiert. Also, A geschnitten nicht B ist 0,1, nicht A geschnitten B ist 0,4, und die Summe ergibt 0,5. Dann Aufgabe D. Keines der beiden Ereignisse tritt ein. Mit anderen Worten, weder A noch B tritt ein. Und das ist doch die Verknüpfung von nicht A mit nicht B. Und die Schnittwahrscheinlichkeit ist 0,3. Dann kommen wir zur Aufgabe E. Und hier, genau wie bei Aufgabe F, gibt es so Triggerwörter, wie mindestens oder höchstens, die uns signalisieren, dass man wahrscheinlich schneller über die Gegenwahrscheinlichkeit rechnen kann. Was bedeutet denn, mindestens eines der beiden Ereignisse tritt ein? Nun, das bedeutet doch, entweder tritt A ein ohne B, oder es tritt B ohne A ein, oder wegen mindestens beide Treten ein. So kann man doch die Wahrscheinlichkeit für unser Ereignis einmal so berechnen, dass man diese drei Schnittwahrscheinlichkeiten aufaddiert. Also P von A geschnitten B, plus P von A geschnitten nicht B, plus P von nicht A geschnitten B, also 0,2 plus 0,1 plus 0,4 gleich 0,7. Aber es geht auch komfortabler, wenn wir das Gegenereignis betrachten. Denn das Gegenereignis von mindestens eines der beiden Ereignisse A oder B tritt ein, ist doch, dass keines der beiden Ereignisse A oder B eintritt. Wir müssen also von der Gesamtwahrscheinlichkeit, die ja 1 beträgt, die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses rausnehmen, in dem Fall also P von nicht A geschnitten nicht B, um diese drei Wahrscheinlichkeiten, die hier dazugehören, zu erhalten. Also können wir rechnen, 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus 0,3 und das ergibt auch 0,7. Und mit ein bisschen Übung und durch das Erkennen dieser Triggerworte, wirst du sehen, dass das hier eher die bevorzugte Methode ist, weil der Rechenaufwand wesentlich geringer ist. Dann kommen wir zur letzten Aufgabe F. Mit dem Ereignis höchstens eines der beiden Ereignisse A oder B tritt ein. Nun, welche Ereignisse umfasst dieses zusammengesetzte Ereignis? Höchstens heißt doch einmal, dass kein Ereignis eintritt, also nicht A und nicht B, beziehungsweise dass nur A eintritt, also A geschnitten nicht B, oder nur B eintritt, also B geschnitten nicht A. Jetzt solltest du schon erkennen, dass wir so ähnlich vorgehen können wie hier oben. Man kann entweder diese drei Schnittwahrscheinlichkeiten addieren, das ergibt 0,8, aber komfortabler geht es wiederum über die Gegenwahrscheinlichkeit und die Gegenwahrscheinlichkeit von höchstens eines der beiden Ereignisse A oder B tritt ein, ist doch, dass beide Ereignisse eintreten. Also 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit, dass beide eintreten, also A geschnitten B. Okay, und das ist doch 1 minus 0,2 und so erhalten wir auch 0,8. Und so wäre das auch wieder unsere bevorzugte Methode. Zum Schluss noch eine Bitte. Falls dir das Video geholfen hat, dann kannst du mir helfen, indem du möglichst viel von diesem hier machst, denn so sagst du im YouTube-Algorithmus, dass es auf meinem Kanal guten Content gibt. Auch freue ich mich immer über einen freundlichen Kommentar und dann sehen wir uns vielleicht im Abspann und beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen, alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathe hoch 13. Ab Wirbel 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden, oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanalmitgliedschafts-Button, das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.